da können wir mal hier ins spielfeld gehen ich werde gleich aus es ist fußball das habe ich ja immer geliebt ja aber ich glaube die kästen sind groß genug die kann man ganz kurz die leute von mir glauben was ich mit fußball kann was kann ich bei fußball der daumen geht nach unten ja aber ein bisschen schießen das geht ja eben das ist ja ihr wisst immer den ball auf die fläche spielen die gerade aufleuchtet eine ausgeschossene fläche aktiviert automatisch eine neue am ende wenn das programm durch ist leuchten noch mal alle vier flächen auf alle vier auf einmal treffen nicht auf einmal aber wenn alle vier ausgeschossen sind wird die zeit gestoppt wenn das programm in der kürzeren zeit bewältigt hat gewinnt das spiel sollt euch der ball über die bande springen müsst euch einen neuen ball da holen es wird kein ball zurückgeworfen die münze entscheidet wer anfängt der zweite wird dann isoliert weil er das gleiche programm spielen muss das heißt wieder brille und kopfhörer was natürlich da gibt es jetzt flächen oben und unten nur unten ich dachte schon ich müsste oben auf die kiste schießen am schwierigsten sind die dahinter also alles was läuft ausschießen sofort hinschießen egal wie es ist alles erlaubt auf zeit wer schneller ist ja klar und wie oft läuft das nicht werfen und auch nicht mit den händen den ball holen und meinetwegen hier weiter schießen ach so das darf man das darf man gelernt ist gelernt soll ich den ball wieder in die mitte legen sehr gerne und 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 ja gut und das weiß keiner jetzt habe ich ein tolles ballgefühl ist das die mitte schöner ball also die zeit münze dann gucken wir erst mal wer anfängt die zeit läuft sobald du das erste kästchen getroffen hast die zeit läuft also im prinzip kannst du beim ersten mal ein paar mal daneben schießen da hast du keine zeit verloren die zeit erst wenn du auch getroffen hast dann hat die zeit an zu laufen ja das erste getroffen hat ja dann läuft die zeit erst dann muss ich mich beeilen dann musst du dich beeilen war ja lange in der bundesliga auch von daher im dart oder was ist die ganze zeit gucken wo es leuchtet ja so ein bisschen wie eine disco darf ich nicht nein natürlich nicht weil das sagst du was los geht oder der 10 punkte vorsprung da muss ich doch zumindest mal gucken dürfen nein das habe ich gesagt das ist das gleiche programm sehr gut sehr gut das finde ich gut ja das finde ich sehr gut warte kopfhörer deine scheine maschine kommt wieder ich kann überhaupt nicht fußball spielen sagt gleich ihr lacht darum haben wir das spiel auch ausgesucht natürlich noch klar weil horst kann es auch nicht natürlich was das spiel verstanden und gegen also man könnte es auch aus der mitte schaffen aber er gibt ja selbst zu dass er nicht der ganz große fußballer ist und spätestens jetzt haben wir es erkannt man muss nicht hin dribbeln ja das reicht nicht das reicht nicht das reicht nicht richtig toll gegen ich glaube ich bin hier jetzt moment stopp jetzt müssen wir anhalten doch ein technisches kaputt gemacht schon wieder war doch zu groß draußen du hast du hast zu soft geschossen das ding ist kaputt weil man zu soft schießt ich meine das war kurz aus und da wäre das licht angegangen ich weiß ich nicht was hier ja es ist halt ich sag ja ich ja was ist jetzt ja ich warte was die technik tausch die kiste aus das spiel einfach nur noch mit rein komm besser vielleicht hat der steuerungscomputer auch nur gesagt das ist nicht euer ernst die nachfolgenden sendungen verschieben sich noch mal um weitere drei stunden es gibt keine nachfolgenden sind so wie also es war jetzt wirklich zu soft am anfang oder nein ich habe keine ahnung muss ich jetzt von vorne anfangen vielleicht das wäre aber das wäre aber nicht fair als ob du dir gemerkt hast mit welcher block dran war muss mir irgendwas merken nein ich dachte ich muss mir merken also du bist bereit die muss jetzt von jetzt mal gucken ja klappt läuft also ja dann eben also wenn man schon so nah ran dribbelt sollte man ja ja das wird spannend manche treffen von dort das kann doch nicht wahr sein ich sag mal so es gibt tatsächlich leute in der ecke hier bin ich jetzt auf risikospiele dann machen machen klasse wieder ja er muss einen neuen holen er muss eine neue und weiter geht's also jetzt übertreibt das ein bisschen es wäre natürlich günstigsten dass er bis in die mitte zurückholten ist ja die beste ausgangsposition leider nicht kantentreffer reicht manchmal auch schneller den überblick ja ja wo ist das nächste schießt daneben ich glaube persönlich er spielt es nicht dass er es nicht kann aber ich noch mal sehen ob es wenn wir haus erst gesehen haben ob es wirklich hier not gegen elend ist ich bin sehr gespannt ja und vor allem ist die ganz große frage für alle hier im studio und für alle zu hause wie lange müssen wir uns das noch anschauen wie lange geht das programm denn erst wenn alle vier aufleuchten da selbst getroffen wenn alle vier aufleuchten heißt dass das ende naht das ende des spiels zum glück nur dann müssen doch mal alle getroffen werden er war dran dann wäre ausgegangen dann kommt auch das schöne geräusch schnell schauen wir nähern uns allmählich der zwei minuten grenze und da werden wir wohl drüber kommen so jetzt schnell dagegen jawohl wer weiß wofür es gut ist jetzt mal zwei schnelle hier da sind die zwei minuten wir wissen immer noch nicht wie lange es weiter geht es kommt immer noch nicht die erlösenden vier aber gut das kommt da so langsam manchmal löst er bei der ecke aus atmen kommt auch so ein bisschen jetzt dazu ausdauer so zack immer noch nicht alle ja er entdeckt jetzt gerade welches sein starkes bein ist auch nicht das linke er erkennt seinen körper völlig neu auch die ecke funktioniert und immer noch nicht funktioniert die erlösenden vier klasse rechts ist nicht sein ding er muss zum bewährten links fuß zurückkommen jawohl und jetzt leuchten alle die erlösung alle treffen einzig reihenfolge egal zack zack und bitte den letzten danke 301 41 ich hab doch so trainiert ja drei legestütze da hätte ich mal vier gemacht muss das jetzt mit der wiederholung noch mal sein nein 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 zeugt das nicht ich würde es gerne sehen habe ich eine zeit habe ich eine zeit wir kennen sie ich muss das ding ausschießen was leuchtet alles was leuchtet musst du ausschießen wenn zum schluss alles leuchtet musst du alles ausschießen nein ich habe das eben so verstanden wenn das jetzt leuchten würde ich schießt das aus dann ist das dingendurch dann kann wieder rein theoretisch kann das sofort wieder leuchten nein ja und wie oft bis vier dinger leuchten die du dann alle ausschießen das heißt ich schieße so lange auf die dinger solange die blinken bis alle vier auf einmal blinken und da muss sich alle vier hintereinander ausschießen so richtig genau so horst lichter findet in den abend und die zeit läuft erst wenn du das erste ding getroffen hast das lieb von dir ja das schöne ist ja wir fragen die wir fragen ja die promis immer was können sie was können sie nicht und beide haben beim fußball nicht gut angekreuzt und darum haben wir dieses spiel bei der ich bin ball liga steniker aber was noch viel schlimmer ist bei all dem wo ich dachte dass ich gut wäre habe ich verkackt wahrscheinlich kann ich jetzt mit dem ball umgehen dann bin ich gespannt man weiß ja gar nicht war dem leben so alles du bist soweit klar klar konzentrier dich ihr solltet euch was zu essen holen das kann länger dauern bist du bereit ja was würde ich denn machen ja bitte schön dann los wir fangen einfach mal an ja da hat er ja noch zeit so und jetzt geht es auf die zeit zeit läuft noch nicht so ab jetzt läuft sie jetzt 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 muss es ein bisschen zu gehen und jetzt auch wieder ein bisschen die ruhe finden in der mitte ist eine gute ausgangsposition für die jeweils nächsten habe ich bei michael auch gesagt ja aber er macht es haben wir denn bei ihm schon erkannt welches der gute fuß ist offensichtlich der gute fuß ist mein rechter so achtung aus der distanz ja ja aber nicht übertreiben mit dem mut kommen schnell abgerechnet über blick suchen also er hat tatsächlich den besseren rechten fuß kann aber auch daran liegen dass er zwei linke füße hat also sagt hier weiter geht's clock ja in der ecke die hilfe nicht so richtig man müssten versuchen in der mitte wieder zu stoppen ja da ist der nächste wir sehen die zeit ich sag sie einfach mal so der war daneben 1 20 das war einfach gut du wolltest mich abschießen gibst du genau so und gleich wieder hinterher gute ausgangsposition das nächste feld machen so reicht ja so ein bisschen reicht ein bisschen es reicht jetzt eine höhere gangart finden habe ich so ein bisschen das bauchgefühl muss ein bisschen schneller gehen denn michael fand so ein ein bisschen seine technik ja okay ja mut zur pieke vorsichtig nicht verletzten klasse gucken wo ist das fällt wir sind bei 208 in diesem augenblick wir sehen ja zu hause alle wo wir hin müssen mit der uhr los und erst wenn alle vier aufleuchten dann geht das spiel allmählich zu ende und da sind wir noch nicht schneller die felder treffen bessere ausgangsposition du kannst es wir wissen es du kannst es reicht auch so nicht zu doll sonst springt der ball zu weit weg so auf zum nächsten wann kommen die vier erlösen den felder sagt immer noch nicht wir nähern uns den drei minuten zu hause sehen wir die zeit nicht ich will es ja noch nicht sehen ich will die spannung auf dem feld noch nicht rausnehmen das wird jetzt kessler wird den durchgang geholt das steht jetzt schon fest kessler gewinnt das ding hier unglaublich wer hätte das gedacht er als allerletztes glaube ich sie können sich jetzt zu hause wieder in richtung fernseher drehen es ist vorbei sag jetzt nicht dass wir davon drei durchgänge machen das war's schon wenn ich davon drei machen ich dachte schon mein er gar nicht fünf punkte gehen an michael kessler